Jo, was geht ab Leute, mein Name ist TheHypex Arka als Andy Frohn und ich glaube ich wollte mal wieder zu einem erweiterten Gameplay-Kommentar hier auf meinem Kanal begrüßen und ja im Hintergrund seht ihr eine 61er Gunstreak mit der Bar erspielt auf der Map Horizon im Modus Dominion ja das war's eigentlich was ich heute wieder sagen wollte hier kleiner Shoutout geht raus an den quasi an den Perium-Klan ihr seid echt krass macht weiter so und ja sowieso an den Raiders-Klan und ich wollte in diesem Video noch mal den Moritz grüßen also den der mir immer die Ordnung-Alls macht bei ihm könnt ihr auf jeden Fall mal auf jeden Fall mal vorbeischauen und ja ich wollte noch mal zum Thema Reverse Boosting einfach mal was sagen und zwar spielt einfach mit Reverse Boosting oder spielt Gameplay ist ganz einfache Sache und ja und ich werde euch jetzt eine schöne Musik hinterlegen ihr könnt ihr auch einfach mal in die Kommentare schreiben was ihr hören wollt da muss ich mir nicht immer die Arbeit machen und bestimmte Musik einfach rauszusuchen wahrscheinlich was schönes abwechslungsreiches und ja nochmal schöne Grüße an den zwei Hähnchen X-B-Öl und ja haut rein Brrrr skrrr Jo was geht ab leute mein Name ist TheHypex Arka SenniPolen und ich darf euch heute mal wieder zu einem erweiterten Gameplay Kommentar hier auf meinem Kanal begrüßen und ja im Hintergrund sieht ihr einen 61er Gunstreak mit der Bar er spielt auf der Map Horizon ähm im Modus äh Dominition ähm ja das war's eigentlich was ich heute wieder sagen wollte hier kleiner Shoutout geht raus an den quasi an den Imperium-Klan ihr seid echt krass macht weiter so und er sowieso an den Raiders klauen und ich wollte in diesem Video nochmal den Moritz grüßen also den der mir immer die On-Lock-Alls macht bei ihm könnt ihr auf jeden Fall mal auf jeden Fall mal vorbeischauen und ja ich wollte nochmal zum Thema Reverse Boosting einfach mal was sagen und zwar spielt einfach mit Reverse Boosting oder spielt Gameplay ist ganz einfache sache und ja und ich werde euch jetzt eine schöne Musik hinterlegen ihr könnt ihr auch einfach mal in die Kommentare schreiben was ihr hören wollt da muss ich mir nicht immer die Arbeit machen und bestimmte Musik einfach auszusuchen wahrscheinlich was schönes abwechslungsreiches und ja nochmal schöne Grüße an den zwei Härtchen X-B-Öl und ja haut rein Brrrr skrrr und ja okay dann da Vielen Dank. 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 Vielen Dank.